Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, da ist ein neues Männchen und wenn man ganz genau hinschaut, seht ihr da ganz viele kleine frisch geschlüpfte Betters hochfliegen. Ich habe noch einen Wurf gewagt und zwar mit dem wunderschönen blauen Hafnungplakat Männchen. Das Weibchen ist auch das rote, da ich gerne hauptsächlich rot rausbekommen wollen würde, weil das ja dominante Farbe ist und blau vielleicht so als Akzent, ist dann so ein bisschen Multicolor mäßig. Vielleicht fällt hier auch viel rot und viel blau und sonst noch fancy oder sowas. Das würde mich sehr freuen und wenn man hinschaut, sieht man da überall kleine Punkte hochfliegen und das ist für mich ein Zeichen, dass die Babys auch frisch geschlüpft sind, denn die sind noch so winzig. Ja und der betreibt die Poolpflege echt gut. Heute ist der zwölfte, fünfte. Ich lad das Video ja meist zeitversetzt hoch, um zu schauen, ob die Babys überhaupt überleben. Man sieht bei dem zum Beispiel ganz genau, dass der ist noch fast weiß. Habt ihr es gerade gesehen? Das ist natürlich ein deutliches Anzeichen, dass es noch für Babys sind. Und wenn man hier unten hinschaut, dann liegt da auch ein Paar, die er leider schon übersehen hat. Ich hoffe, dass er das jetzt noch aufsammelt. Ich lasse ihn jetzt erstmal in Ruhe und ja, ich bin gespannt, was da draus wird. Das Männchen ist nämlich sehr schön. Das sieht man jetzt leider nicht. Die Farben sind sehr brillant und das Blau ist schon fast Stahlblau. Deswegen bin ich sehr gespannt auf diesen Wurf. Und ja, in diesem Sinne, einen schönen Tag noch, Abend, was auch immer, wann ihr euch das Video anschaut. Tschüss. Danke.